Diese Woche bei Hour of Power. Bobby Schuller predigt über das Thema effektive Kommunikation. Wie kommunizieren Sie am besten mit Menschen? Denken Sie über die Bedürfnisse und Wünsche anderer nach? Sehen Sie Ihre Mitmenschen durch die Augen der Liebe? Zeigen Sie Respekt für Menschen, denen Gottes Gebot sagt, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Erleben Sie Hour of Power mit Bobby Schuller, der Gottesdienste ermutigt, verbindet und berührt.